Es ist uns eine ganz besondere Ehre, die beiden bei diesem Tanz zu begleiten. Denn die wollen sich heute und hier von der aktiven Tanzsportkarriere verabschieden. Und die haben die Tanzsportkarriere dazu ausgewählt, um einfach auf Wiedersehen zu sein. Dazu haben sich ihre Eltern, Schüler und auch ihre verbundenen Trainer eingeladen, denen sie natürlich alles zu verdanken haben. Also ich habe Gänsehaut. Es ist wirklich ein ganz besonderer Moment und wir freuen uns, dass es wirklich hier stattfindet. Also wir begrüßen Sie, die beiden mit Ihren letzten paar Formen, hier in Büsseldorf. Musik Amen. 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 Danke für die Feierleute, treten zurück vom aktiven Platzsturz. Zwei Jahre lang, die haben uns gereicht. Aus der Schweiz. 30 Jahre für den Platzsturz. Danke für die Trainer. Sie haben uns aus der Euron und Mann gereist. Danke, dass wir beide diesen Momenten genutzt haben. Hallo, ich bin die Nina. Und ich bin Sven. Wir haben die Ehre, heute hier tanzen zu dürfen, unsere Shows hier zu zeigen. Wir haben uns schon super lange darauf vorbereitet und haben uns mega gefreut. Dieses Event ist einfach der Knaller. Es ist wunderschön. Die beste Location in Deutschland, die ich je gesehen habe. Definitiv. Super elegant, riesig groß, die Band ist super, die Stimmung ist toll. Mehr kann man sich gar nicht wünschen als Tänzer. Kommt vorbei. Genau.